Überall stehen die Wannen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es sind mehr als 10 Gramm hier. Alles bewacht. Überall stehen die Faschisten. Also hier sind mehr als 10 Gramm da. Mehr als 10 Gramm. Also 10 Busse habe ich bis jetzt gezählt. Ja mindestens 10 habe ich auch überall verteilt. Sieht aber nicht gut aus für uns heute. Mit Kerzen und sowas, oder? Wieso? Ich habe Kerzen dabei. Es sind nur kleine Leute. Das ist das Problem. Naja, deswegen meine ich, wird es nicht viel Zweck haben, schätze ich mal. Aber wenn wir... Ist doch egal, dann machen wir halt den kleinen Kreis. Ist doch egal. Ja, die Leute in Erfurt. Ich weiß nicht. In Erfurt. Guck mal in andere Städte. Ich weiß. Da wird es ja schwindelig. Und mir. Ich weiß. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass... Wir sind Landeshauptstadt. Hier wollen sie ein Exempel statuieren. Das schon. Aber trotzdem, wenn die Leute Angst zeigen und... Ja, ich weiß. Wird es noch schlimmer. Ich weiß. Wir zwei sind ja hier, weißt du. Aber... Ich weiß. Guck mal Rostock an. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich verfolg das alles. Guck mal, die kleinen Käfer manchmal. Die haben ja mehr wie wir auf die Straße gehen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist furchtbar für mich das. Das stimmt, ja. Ja. Das ist völlig recht. Aber ohne Leute kriegen wir nichts gerissen, ja. Eben. Das ist das Problem. Und äh... Mein Gott, was wollen sie denn machen? Uns nochmal fotokontieren. Alles voll mit Faschisten. Alles voll mit Faschisten. Mindestens 10 Kamm. Kamp? Die Fragepflicht einer qualifizierten Gesichtsmaske im Bereich von Fußgängerzonen und Haltestellen. Dies gilt gemäß Allgemeinverfügung durch die Stadt Erfurt, auch unabhängig von der Einhaltung von Mindestabständen. Halten Sie sich an die allgemeingültigen Infektionsschutzbestimmungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020